Wir wollen von Schwarz-Gelb ein klares Verkenntnis zum Atomausstieg ohne Wenn und Aber. Dieser Freistaat Bayern muss ein Atomfreistaat werden, deshalb werden wir gemeinsam kämpfen, bis alle Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden und das möglichst gleich. Abschalten! 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 Und jetzt sagt sogar die Kanzlerin, das mit dem Umland, das ist richtig und das ist richtig. Ja Mädchen, habe ich mir gedacht. Warum hast du jetzt nicht Mitte der 90er Jahre? Da wäre es noch viel billiger gewesen. Nein! Danke schön, meine Damen und Herren!